So, jetzt geht's wieder weiter mit Ghost Rider Tokyo Alpha Plasma 5. Wir wollten heute die Hauptquests weitermachen. Wir wollten heute die Hauptquests weitermachen. So. Und macht's okay. Betreten, betreten, betreten. Da drüben! Das hätten wir hinter uns. Meetingsplan. 10 Uhr Morgen Meeting. Dienstag 11 Uhr Projekt Meeting. Mittwoch 14 Uhr Sales Meeting für Projekt P. Designanfragen. 29. September. Präsentation in Hauptquartier in Osaka. Noch kein Medaillialien. Interviewkontakt verme... Vermeidbar. Keinen besonderen Wunsch von Kundenseite. Da, was haltieren. Was von ich mir? Da, Zhang. �de B-B-B-SHOT-A-SCHI-WIN- nummer, gerne wieder hilf, ihr habt keine Geräusche. B-B-H-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F... Notiz zu selbst seinem Ereignis. Gestern war ich ziemlich heftig, bin völlig betrunken bei Hause. Ich habe versucht reinzukommen, aber meine Tür war wie eine Wand, egal was ich gemacht habe. Ich kam nicht rein, also bin ich davor eingeschlafen. Das Ding ist, als ich aufgewacht bin, war die Tür da. Ja, hat aber, hat auch super funktioniert. Ich muss echt blau gewesen sein. Ich hätte geschwören können, dass dort statt einer Tür eine Wand war. Zu lange, viel zu lange. Da waren wir an unsere eigenen Körper gefesselt. Sie sind unsere Ketten. Eine Last. Und dieses weltliche Dasein verdirbt unsere Seelen. Völlig ohne Sinn. Einfach hinnehmen. Noch sind unsere Seelen Sklaven einer irrsinnigen Tyrannei. Doch das muss nicht so bleiben. Hört mich, ihr Wandern in Zehlen. Befreit euch. Löst euch von euren Hürden. Kommt. Kommt alle zu mir. Wir lachen. Schauen wir mal. Puh. Wir kommen. Wir gehen jetzt. Da-da-da! Das ist schon gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, hier ist eine Sackkasse. Weiter runter. Das war's für heute. Nee, hier runter will ich noch nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt geht's hier lang. Das war's für heute. Das war's für heute. So, okay, da war's für heute. Okay, okay, okay. Okay, kann man nicht durch. Okay, okay. Okay, welche Linie ist das? Das ist schon gut, ja. Jetzt steht immer hier, welche Linie das ist. Hummus, hummus, hummus. Hier endet die Spur. Leiter, vielleicht können wir sie dort hinten wieder finden. Ja, gleich. Wir haben da hinten noch einen Durchgang, wo ich hin will. Okay, dann geht noch oben, da waren wir schon. Hier. Okay. Okay. Und die Seite. Auch zu. Schade, schade, schade. Ja. Das heißt also, wir gehen durch runter. Oh. 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 Was ist das? 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 Ja? Was ist das? 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 Gar nicht schlecht? Was ist das? 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 Ich glaube, das war eine Sackrasser. Oh, was ist das hier? Oh, was ist das? Ein Gefäß, das durch das Anhöhen und Trocken von Flaschenkürbissen hergestellt wird. Oh, was ist das? 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 Oh, was ist das?